Musik Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hörbuches Der Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit Diese Fan Fiction wurde von John Scissor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum Basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling Ich erhebe keine Ansprüche Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar Kapitel 24 Aller Anfang ist schwer Als ob er nicht hierher gehören würde, zappelte Harry unruhig auf seinem Stuhl im Lehrerzimmer herum Severus saß neben ihm und blätterte gelangweilt im Tagespropheten Während altbekannte Gesichter und neue Lehrer den Raum betraten und sich in kleinen Grüppchen zu Gesprächen hinreißen ließen Interessiert las er einen Artikel, der unbebildert auf der vorletzten Seite unter der großen Anzeige von Weasleys zauberhafte Zauberscherze zu finden war In den Morgenstunden des gestrigen Tages wurde ein junger Mann mit unbekannter Identität ins Sankt Mungus eingeliefert Zunächst schien es sich bei dem Opfer einer magischen Auseinandersetzung um einen Muggel zu handeln Doch eine Blutuntersuchung brachte zum Vorschein, dass es sich um einen reinblütigen Zauberer handelt Die magische Strafverfolgungspatrouille steht vor einem Rätsel Denn der junge Mann ist stark unterernährt Weist am ganzen Körper Spuren von körperlichen und magischen Misshandlungen auf Und ist, obwohl ein vergiss mich Zauber ausgeschlossen werden darf, nicht ansprechbar Als Severus den Tagespropheten beiseite legte, blickte er zu Harry hinüber und fragte belustigt Hummeln im Hintern, Harry Harry verzog das Gesicht, aber Severus lächelte nur Bevor er ermutigend, aber leise zum Besten gab Keine Sorge, ich bin mir sicher, nachdem sie dazu fähig waren, die Welt vom Dunkeln Nord zu befreien Dass sie auch dazu in der Lage sind, eine Klasse voller lernunwilliger Dummköpfe zu meistern Mit einem gekünstelten Lächeln versuchte Harry, seine Aufregung unter Kontrolle zu bekommen Nachdem Albus, Harry durfte jetzt alle Kollegen beim Vornamen nennen Das Lehrerzimmer als letzter betreten hatte, bat dieser um Aufmerksamkeit Alle Lehrer, von denen Harry fünf noch nie gesehen hatte, setzten sich um einen runden Tisch herum Jetzt wurde es ernst, dachte Harry, weswegen er gebannt auf die Worte des Direktors wartete, um ja nichts zu verpassen Jetzt erst einmal, das wird mir niemand verübeln, für jeden eine Tasse Tee und etwas Gebäck Sagte der alte Zauberer und klatschte in die Hände Hauselfen deckten den Tisch in einer Geschwindigkeit, die Harry schwindlig werden ließ Nur für einen kurzen Moment entdeckte er Dobby, der ihm fröhlich zuwinkte, bevor er den Raum wieder verließ Offenbar waren jetzt alle Hauselfen wieder zurück in Hogwarts Immer wieder blickte Harry gespannt zu Albus, während alle anderen über die Kekse und Cremetörtchen herfielen Und sich ihren Tee schmecken ließen In seiner Schulzeit hatte Harry immer wieder gedacht, die Lehrer würden hier wirklich wichtige Themen besprechen Aber offenbar ging man alles sehr gelassen an Durch die Tasse Tee, nun nicht mehr so aufgeregt, lauschte Harry den Worten des Direktors, der sagte So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen Der Minister hat empfohlen, und da bin ich voll seiner Meinung, dass Hogwarts nicht erst im September öffnen sollte Viele der damaligen Schüler sind von ihren besorgten Eltern noch vor den UTS-Prüfungen von der Schule genommen worden Unser Harry hier... Albus winkte mit einer Hand in Harrys Richtung, damit die neuen Lehrer wussten, wer gemeint war, bevor er fortfuhr War einer der wenigen, die die Schule und die UTS-Prüfung zu Ende gebracht haben, bevor Hogwarts letztendlich aufgrund des Krieges geschlossen werden musste Albus ließ gelassen fünf Stückchen Zucker in seine Tasse fallen und erläuterte kurz darauf Das Problem, das ich sehe, ist, dass Hogwarts und andere Schulen über viele Jahre geschlossen waren Jahrelang gab es keine Einschulungen, keine Erstklässler Hogwarts selbst war über knapp vier Jahre ohne einen einzigen Schüler Das bedeutet, dass wir eine Menge Schüler bekommen werden Sie alle werden über einen unterschiedlichen Bildungsstand verfügen Einige der Jungen und Mädchen, da bin ich mir sicher, wurden zu Hause von ihren Eltern unterrichtet Während andere sich ihr Wissen durch Selbstunterrichtung angeeignet haben Das sind Fakten, die wir bedenken müssen Es wäre nicht klug, Schüler aus drei verlorenen Jahrgängen einfach in die erste Klasse zu stecken Ohne auf ihren Kenntnisstand Rücksicht zu nehmen Unterforderte Schüler können sich oftmals zu Unruhestiftern entwickeln Die Situation schrie gerade danach, dass Severus aufgrund dieser Bemerkung grinsend zu Harry hinüberblickte Und Harry grinste frech zurück Albus erklärte weiter Harry hob zögerlich die Hand Aber Albus lächelte und sagte vertraut Du brauchst dich nicht zu melden, Harry Verschämt, grinsend sagte Harry Entschuldigen Sie Es ist nur Angewohnheit Harry holte einmal tief Luft, bevor er fragte Ist das jetzt so gemeint, dass zunächst alle Schüler ohne Vorsortierung in drei, vier Klassen kommen? Wir Lehrer gehen mit ihnen den Grundstoff der ersten Klasse durch Schreiben einen Test Machen mündliche und praktische Prüfungen Und entscheiden dann aufgrund der Resultate, ob sie bereits für die zweite Klasse in Frage kämen Und dann geht's mit der zweiten Klasse noch einmal von vorne los Bis zur dritten? So meinen Sie Oder wie genau denn sonst? Unsicher verstummte Harry Weil alle ihn anblickten Mit zwinkernden Augen sagte Albus enthusiastisch Harry, ich muss dir danken Minister Weasley und ich hatten zwar einen anderen Unterrichtsplan entworfen Aber deiner scheint mir einleuchtender zu sein Vor allem einfacher Albus blickte auf eine faustdicke Akte vor ihm Die er mit seinem Zauberstab einfach verschwinden ließ Harry fiel einem Stein vom Herzen Er war dankbar, dass er sich beim ersten Lehrertreffen nicht sofort zum Volltrottel gemacht hatte Die Elf- und Zwölfjährigen, die sowieso das erste Mal zur Schule gehen würden Werden wie üblich im September eingeschult Diejenigen, die Schuljahre missen mussten Werden so lange geprüft Bis für sie eine Klasse mit dem entsprechenden Bildungsstand gefunden wurde Das möchten wir bis September erreichen Hat sonst noch jemand Fragen? Albus blickte seinen Lehrkörper an und sagte dann Gut, dann werde ich ihnen spätestens übermorgen einige Informationen zukommen lassen Ich möchte sie bitten, schon jetzt Test- und Prüfungsaufgaben vorzubereiten Mit denen sie den Kenntnisstand ihrer Schüler überprüfen können Ach, eine Sache noch, Severus? Alle blickten zu Severus, bevor Albus fragte Wärst du bereit, wieder Hauslehrer von Slytherin zu sein? Das hatte ich noch nicht gefragt, wenn ich mich recht entsinne Severus überlegte nicht lang und antwortete sofort Natürlich, Albus Das Abendessen ließ Harry ausfallen Denn er grübelte bereits über seinen ersten Testbogen Den er den Schülern geben wollte Er erinnerte sich an eine Zeit In seiner Muggelschule Als ein Lehrer für einen anderen eingesprungen war Der wegen einer Operation Die nächsten Monate ausfallen würde Der hatte auch einen Bogen verteilt Um zu sehen, was die Schüler wussten und was nicht Dieser Art gestaltete Harry seinen Test mit Fragen wie Hast du schon einmal von Rotkappen, Hinkepunks, Kappas, Kelpies oder Grindelos gehört? Kurze Erläuterung anfügen Weißt du, wie man einen Wehrwolf erkennt? Wie viele unverzeihliche Flüche gibt es? Nenne sie Nenne drei Flüche und gegebenenfalls einen passenden Abwehrzauber Der einen Zauberer außer Gefecht setzt Bist du mit Zauberstab oder wortloser Magie vertraut? Nenne Beispiele Nachdem das Abendessen in der großen Halle offiziell beendet sein musste Hörte Harry ein lautes Plopp Harry Potter, Sir! Dobby ist so froh, Harry Potter wiederzusehen So froh! Harry grinst den Hauselfen an und grüßte Dobby, schön dich zu sehen! Wo warst du die ganze Zeit? Wenn nicht in Hogwarts? Dobby hüpfte aufgeregt vor Freude strahlend herum, als er antwortete Professor McGonagall hat Dobby und all die anderen Hauselfen in Sicherheit gebracht, bevor die Schule schließen musste Nur zwei Hauselfen blieben hier Dobby war traurig darüber, dass er nicht einer von den Zweien sein durfte Der Elf ließ die Ohren hängen, aber von einer Sekunde zur anderen war er wieder fröhlich, als er sagte Dobby ist ja so glücklich, dass Harry Potter wieder in Hogwarts ist Die beiden unterhielten sich eine Weile Der Hauself schien vor Freude fast ein wenig überdreht, aber vielleicht war Harry seinem kleinen Freund nur nicht mehr gewohnt Nach einer Weile erklärte Dobby Dobby hat etwas gefunden, das er Harry Potter geben möchte Mit großen Augen betrachtete Harry, wie Dobby unter seinen vielen Strickmützen ein gefaltetes Stück Papier herauszog Erreichte es Harry und sagte Dobby glaubt, dass es für Harry Potter sein muss Eine Augenbraue in die Höhe ziehend, entfaltete Harry das schmutzige, an den Ecken ausgefranst durch Stückchen Pergament In ihm befand sich ein großer, grauer Schlüssel Warum glaubst du, dass das für mich ist? Fragte Harry erstaunt Dobby erklärte mit flüsternder Stimme Dobby hat es erst jetzt gefunden Es hat Creature gehört Ungläubig schüttelte Harry den Kopf und erklärte Nein, das kann nicht sein Hauselfen haben keinen Besitz Dobby kniff die Augen zusammen und stellte ein Bein vor, damit Harry die rosafarbenen Socken mit den gelben Sonnen darauf sehen konnte Lächelnd verbesserte sich Harry Gut, außer Winky und dir hat keine Hauself einen eigenen Besitz Das kann nicht von Creature sein Außerdem ist er schon lange tot Dobby nickte und erklärte Dobby hat Creature nicht gut leiden können Aber Dobby hat Creature nie gewünscht, draußen einfach tot umzufallen Es war Dobby, der den betagten Hauselfen der Familie Black auf dem Hogwarts Gelände mitten auf dem Rasen gefunden hatte Was Creature dort wollte, hatte er mit ins Grab genommen Der Hauself gestand mit hoher Stimme Dobby hat Creature lange Zeit beobachtet Dobby hat gesehen, wie Creature manchmal Dinge unter einer losen Diele in der Küche versteckt hat Erst heute Abend, als wir Hauselfen zurück nach Hogwarts gerufen wurden Da hat Dobby unter die Diele geschaut Harry Potter war Creatures letzter Meister Deswegen weiß Dobby, dass alles Harry Potter gehört, was Creature gehört hat Nachdem Dobby ihn alleine gelassen hatte starrte Harry auf den schweren, eisernen Schlüssel und fragte sich selbst, wozu der gut sein sollte Ein Schlüssel wofür? Und warum hat Creature ihn versteckt? Harry wickelte den Schlüssel wieder in das Pergament ein und legte ihn in die Schublade seines Nachttisches Die Briefe an die Schüler waren raus Sogar denen, die längst erwachsen waren, gab Professor Dumbledore die Möglichkeit, ihren Schulabschluss nachholen zu können So staunte Draco nicht schlecht, als auch er einen Brief erhielt Sehr geehrter Mr. Malfoy Aufgrund der Umstände der letzten Jahre konnten viele Schüler, darunter auch sie, ihren Schulabschluss und die UTS-Prüfung nicht absolvieren Trotzdem sie bereits mit beiden Beinen im Leben stehen, biete ich ihnen die Möglichkeit, das siebte Schuljahr zu beenden und die notwendigen Prüfungen ablegen zu können Sie können entweder Anfang März mit einer ins Leben gerufenen Aufbauklasse beginnen, um ihre Kenntnisse aufzufrischen Oder ab September die siebte Klasse besuchen Die Entscheidung, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, liegt ganz bei ihnen Mit freundlichen Grüßen, Professor Albus Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts Draco rollte mit den Augen Die letzte Klasse nachholen? Das auch noch mit Schülern, die 16 oder 17 Jahre alt waren und er als Erwachsener mittendrin? Mit Sicherheit würde dies eine interessante Erfahrung werden Neue Schüler, neue Lehrer in einer Zeit des Friedens Abrupt schüttelte er den Kopf und warf den Brief achtlos auf seinen Tisch Mit grollendem Magen marschierte Draco in die große Halle Erst in zwei Wochen würde die Schule mit den Aufbauklassen beginnen Weswegen zum Essen nur die Lehrertische gedeckt waren Wortlos grüßte Draco die Lehrer, die er nicht alle kannte, während er auf seinem freien Platz zusteuerte Nachdem er sich gesetzt hatte, bemerkte er links neben sich einen aufgewühlten In Pergament plätternden und in Bücher nachschlagenden Harry Meine Güte, Harry, hast du kein Büro für sowas? Fragte Draco genervt Als er ein aufgeschlagenes Buch zur Seite schob, welches definitiv zu dicht an seinem Teller lag Oh, tut mir leid, antwortete Harry, der seine ausgebreiteten Unterrichtsstoffe auf dem Tisch umherschob Damit Draco nicht belästigt werden würde Um Himmels Willen, Potter, passen Sie doch auf Grollte die Stimme links von Harry Versehentlich hatte er mit einem Buch die Kaffeetasse von Severus erwischt Deren Inhalt sich über dessen Teller gegossen hatte Ungläubig starrte Harry auf die Toastkrümel, die in seinem Teller schwammen Er nahm seinen Zauberstab und machte das Missgeschick rückgängig Gleich darauf zückte Severus seinen Zauberstab, woraufhin Harrys Bücher und Pergamentrollen auf der Stelle verschwanden Wo sind sie hin? Wo haben sie meine Bücher hingezaubert? Fragte Harry panisch Severus erwiderte mit ruhiger Stimme Da wo sie hingehören, in ihr Büro Jetzt erweisen sie uns allen die Höflichkeit, in Ruhe frühstücken zu können Und tun sie sich selbst auch den Gefallen, Harry Sie machen sich noch verrückt Draco hatte bemerkt, dass Harrys Teller unbenutzt war Und fragte nebenbei Also hast du noch nichts gegessen? Harry schüttelte den Kopf Machte aber keine Anstalten, beim Buffet zuzugreifen Ich werde in mein Büro gehen Sagte Harry nervös Severus rollte mit den Augen Und befahl mit bedrohlich leiser Stimme Sie bleiben hier sitzen und frühstücken Als ob es abgesprochen war, legte Draco zwei Scheiben Toast auf Harrys Teller Und drückte danach die Butter in Reichweite Severus konnte sehr gut nachvollziehen, wie es Harry ging Er selbst war in fast dem gleichen Alter, als er in Hogwarts zu lehren begann Allerdings hatte er nach außen hin nie gezeigt, wie aufgeregt er war Oder wie ihn die Arbeit zu Beginn zu überfordern schien Harry machte genau das Gegenteil Neben ihm zu sitzen, war genauso nervenaufreibend, als würde man neben einem Bienenstock frühstücken Ermutigend sagte Severus Sie werden schnell Routine gewinnen Machen sie sich keinen Kopf über ihre Arbeit Die Schüler merken sowieso nicht, ob sie einen Fehler machen oder nicht Resignierend antwortete Harry Wenn ich eine kleine Hermine in meiner Klasse habe, wird das sehr wohl rauskommen Um Harry nicht zu beunruhigen, stimmte er dessen Aussage nur innerlich mit einem Schmunzeln zu Den zweiten Toast zu essen, war bereits eine Qual Draco hingegen ließ es sich schmecken Er hatte so häufig zugegriffen und sein Essen in hoher Geschwindigkeit verputzt, dass Harry erstaunt fragte Hast du schon immer so viel essen können? Draco öffnete nicht sofort den Mund Dieses Mal machte er etwas, was er selten tat Er dachte nach, bevor er antwortete Letztendlich erwiderte Draco Vielleicht hab ich nur Langeweile? Nachdenklich blickte Harry auf seine angebissene Scheibe Toast Er versetzte sich in Draco hinein und kam zu dem Ergebnis, dass sein Leben tatsächlich langweilig sein musste Draco hatte keinen Job, keine Freundin, obwohl Harry hier grinsen musste und offenbar hatte er keine zeitfüllenden Hobbys Er wohnte wie er selbst in Hogwarts und hatte nichts zu tun Harry blinzelte Es kam ihm eine Idee Mutig fragte er Wenn du Langeweile hast, vielleicht kannst du mir helfen, meine Erinnerungen an den Unterricht etwas aufzufrischen? Fragend blickte Draco ihn an, während er von seinem Toast mit Rührei abbiss Harry erklärte In Verteidigung meine ich Ich versuche seit Tagen, mir den Unterricht ins Gedächtnis zurückzurufen, um Fragebögen für meine Schüler zu erstellen Ich habe immer das Gefühl, dass ich wichtige Dinge vergessen habe Draco stöhnte auf und empfahl Frag Severus Severus hatte das Gespräch verfolgt und erwiderte gelassen Keine Chance, ich bin mit meinen eigenen Fragebögen beschäftigt Harry wandte sich an Draco und fragte hoffnungsvoll Und? Warum fragst du gerade mich? Wollte Draco wissen Harry zuckte mit den Schultern und erwiderte Wenn ich so nachdenke Dein Serpensortier hatte schon was Den haben wir nicht gelernt Das Duell zwischen uns war unentschieden Draco unterbrach und konterte lachend Ja, weil du unbedingt ein kleines Schwätzchen mit meiner Cobra halten musstest Etwas ernster fügte er hinzu Wie kann ich dir schon helfen? Mit deinem Sektum Sempra hast du wohl allen gezeigt, dass du es drauf hast Mit einem Male wurde Harry ganz bleich, als er sich an die Situation erinnerte, in welche er diesen Fluch ausprobiert hatte In der 6. Klasse war er in dem Lehrbuch des Halbblutprinzen auf diesen Fluch gegen Feinde gestoßen Aber er wusste nicht, was er bewirkte Unüberlegt hatte er ihn im Kampf auf der Mädchentoilette von Myrthe gegen Draco angewandt und war über das Ergebnis entsetzt Wäre Severus nicht aufgetaucht, dann wäre Draco womöglich aufgrund der vielen tiefen Schnitte verblutet Die der Sektum Sempra verursacht hatte Als Harry den blutenden Draco vor dem inneren Auge sah, drehte sich ihm der Magen um Und er ließ seinen angebissenen Toast langsam auf dem Teller zurückgleiten Harry wollte sich nicht rechtfertigen, aber entschuldigen Als er klauenlaut sagte Der Spruch war nicht von mir Und ich wusste nicht, was er bewirkt Hätte ich's gewusst, dann hätte ich ihn nie angewandt Draco schnaufte kurz und erwiderte scheinbar zusammenhanglos Schon mal aufgefallen, dass wir uns in den ganzen Monaten, die wir in Hogwarts waren, nicht einmal gegenseitig verhext haben? Harry versicherte schnell Und es wäre schön, wenn das so bleibt Bevor er seinen Schluck Kaffee nahm, sagte Draco gequält lächelnd in seine Tasse hinein Die wilden Jahre sind offensichtlich vorbei Erneut blickte Harry Draco in die Augen und fragte nochmals Und, würdest du mir trotzdem helfen? Wieder stöhnte Draco, aber er antwortete letztendlich gelangweilt klingend In diesem Moment kamen die Eulen durchs Dach geflogen Severus erhielt einen Brief von Hermine, während Draco einen Brief von Susan in der Hand hielt Harry ging leer aus, was Draco etwas verwundete und ihn amüsiert fragen ließ Warum bekommt der Retter der Welt keine Eule? Harry winkte ab und erklärte Ich bekomme so viel Post, dass sich die Hauselfen darum kümmern müssen Die sortieren erst aus, bevor sie die Briefe in mein Zimmer bringen Amüsiert zog Draco eine Augenbraue hoch, als er sagte Ah, St. Potter bekommt also unzählige Fernpost von Verehrerinnen? Harry konterte mit gelassener Miene Ja, auch, aber die Hauselfen kümmern sich erst um meine Post, nachdem man mir letzte Woche eine Briefwombe geschickt hatte Draco entglitten sämtliche Gesichtszüge Schnell fing er sich wieder, bevor er leise und berührt sagte Tut mir leid, das wusste ich nicht In Harrys Büro fiel Draco zunächst der Berg an Post auf, der auf dem Schreibtisch lag Dafür brauchst du doch eine Ewigkeit, wenn jeden Tag so viele Briefe für dich kommen Sagte Draco mit großen Augen Ach, das ist gar nicht so schlimm Mittlerweile habe ich einen Blick dafür, was einen Brief beinhaltet Ich lese selten einen komplett Der Absehler verrät schon das meiste Der erste Absatz ist oft ausschlaggebend Erklärte Harry, aber Draco schien nicht zu verstehen Warte, ich zeig dir, was ich meine Sagte Harry, als er willkürlich einen Brief vom Stapel nahm Und er las vor Lieber Harry, ich möchte dir danken, dass du uns befreit hast von all dem Bösen Ich brauch gar nicht weiterzulesen Das ist ein normales Dankeschreiben mit der Schrift zufolge von einem Kind Harry überflog den Brief und nickte seiner eigenen Vermutung bestätigend zu Er nahm den zweiten Brief und zitierte Sehr geehrter Mr. Potter, aufgrund Ihrer Verdienste möchten wir Sie einladen zu einem Die wollen irgendetwas Öffentliches mit mir machen Eine Veranstaltung oder Eröffnung oder so Auf jeden Fall wollen Sie Ihre Sache mit meinem Namen etwas aufpeppen Mal sehen, was der nächste Brief sagt Draco war völlig perplex und förderte Harry auf, ein oder zwei weitere Briefe zu öffnen Noch bevor Harry laut vorlass, verzog er sein Gesicht Was ist das? Was steht da? Fragte Draco neugierig Harry warf den Brief in den Papierkorb und antwortete Da will jemand ein Kind von mir Kommt auch vor Verstehe ich echt nicht Die kennen mich noch nicht einmal Bei einem Hauselfen bestellte Harry zunächst noch etwas Süßes, was sofort geliefert wurde Also, was willst du von mir? Fragte Draco, der sich im Nachhinein wünschte, er hätte sich anders ausgedrückt Harry machte das nichts aus und erklärte Naja, erzähl mir, was dir von dem Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste noch so im Kopf geblieben ist Oder was du sonst noch in dem Bereich interessant findest Draco ließ sich auf dem Sofa nieder und überlegte Das erste, was ihm einfiel, waren die fünf Jahre Flucht, in denen Severus ihn täglich unterrichtet hatte An die Schuljahre konnte er sich nicht sofort erinnern Soweit zum heutigen Teil unserer Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit Vielen Dank fürs Zuhören Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da Wenn ihr möchtet, gerne auch einen Kommentar Denn die Feedback Challenge ist immer noch on Und natürlich freuen wir uns auch über ein Abo Ciao, bis zum nächsten Mal 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 Ciao, bis zum nächsten Mal